Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, meinem und auch hoffentlich Ihrem Lieblingskanal auf YouTube, bei dem es um hochwertige Uhren geht. Es geht hier immer um Qualität, Anspruch, Niveau, Stil und trotzdem heute ganz ein anderes Thema, was damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Sie erraten es, es geht um Kundenservice. Kundenservice, großer Hersteller und auch von vielen Händlern. Und ich stelle mir heute die Frage, warum teure Uhren und billiger Service nicht zusammenpasst, es aber immer wieder und immer häufiger vorkommt. Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. Eine neue Ausgabe von Unter vier Augen. Wir müssen reden, wir beide. Wir müssen uns ein bisschen austauschen. Deswegen bin ich wie immer sehr froh, dass wir hier so im kleinen Kreise sind. Mein Name ist Bernhard Strom. Ich bin das Servicepersonal Ihres Vertrauens für die heutige Sendung. Aber bevor es jetzt so richtig losgeht, muss ich Ihnen etwas erzählen. Und zwar geht es da um mein Auto. Mein Auto hat in letzter Zeit ein paar eigenartige Geräusche gemacht. Ich machte da vorne mal den, wie heißt das nochmal, Deckel auf und sah anscheinend einen Schlauchlose. Könnte ich jetzt reinstecken. Ich bin grobmotorisch sehr talentiert. Ich dachte aber, nee, ich gehe zur Werkstatt um die Ecke. Zeigte das dem und sagte, guck mal. Sagt er, ja, könnte ich jetzt machen. Aber der Wagen hat noch Garantie, ist ein Leasingfahrzeug. Also geh doch lieber zur Vertragswerkstatt. Tate ich dann, fuhr mit dem Auto zur Vertragswerkstatt. Es hat super gepasst. Ich brauche im Moment auch noch ein paar Winterräder. Also habe ich das gezeigt. Habe gesagt, guck mal, da bitte rein ist wahrscheinlich nur ein Handgriff. Ich habe damit gerechnet so 50 Euro in die Kaffeekasse und dann ist alles wieder gut. Und dann sagte man mir, warten Sie mal ab, Herr Strom. Gib mir so ein bisschen Zeit. Wir melden uns heute Mittag nochmal. Und ich gucke da, dass der Meister mal so ein bisschen da dran rumfummelt und wird schon nichts Schlimmes sein. Was soll ich sagen? Drei Tage später, nichts ist passiert. Ich rief dort endlich mal nochmal an und sagte, Leute, was ist denn los mit meinem Auto? Ich habe kein Ersatzfahrzeug. Das hatte man mir verweigert, weil man einfach davon ausgeht, dass ja jeder zwei, drei Autos mindestens zu Hause stehen hat. Und dann sagte ich, was los? Wie sieht es denn aus? Ist das Auto fertig? Und dann sagt man, Herr Strom, wir mussten den Wagen nach Schweden schicken. Und ich sagte, what? Nach Schweden? Ja, Herr Strom, das ist ein Leasenfahrzeug, da ist noch Garantie drauf. Und da hat der Hersteller gesagt, wir dürften da also gar nichts reparieren. Wir dürften da nichts dran machen. Da muss man gucken, ob das auf Kulanz geht. Deswegen haben wir es nach Schweden geschickt. Wird jetzt also eine Zeit lang weg sein. Ich hätte es mal drei bis vier Monate, aber ist ja höchstwahrscheinlich ein Garantiefall. Nach drei, vier Monaten holte ich dann das Fahrzeug ab. Wie gesagt, ich habe auch gehofft, dass da Winterreifen drauf sind. Nahm das Fahrzeug entgegen und was sehe ich auf der Fahrerseite? Ein riesengroßer Kratzer, eine richtig fette Schramme. Und ich sagte, Leute, was ist das? Wir haben ein Übernahmeprotokoll gemacht. Ich habe das Fahrzeug fotografiert. Hier sind die Bilder. Da war kein Kratzer. Jetzt ist ein Kratzer. Händler, haben wir nichts mit am Hut. Ich frage mal beim Hersteller. Hersteller, Antwort, waren wir nicht. Ich habe gesagt, Leute, was soll der Scheiß? Das heißt, waren wir nicht. Natürlich wart ihr das. Ich hätte gerne, dass das neu lackiert wird. Hersteller, wir haben keine Lackiererei. Machen wir nicht. Also müssen Sie gucken, wie ist. Ich habe einen riesen Rabatz gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ist das Fahrzeug dann auch lackiert worden. Ich habe dann gesagt, und wie sieht es aus mit den Winterrädern? Ja, Winterräder können wir Ihnen anbieten. Kosten 15.000 Euro Kompletträder. Da dachte ich, was? Ich kriege für 1.500 ordentliche Räder. Was soll der Geiz? Ja, und übrigens, also die Alufelgen, die Sie drauf haben, diese Sonderfelgen ab Werk, die Sie ja teuer bezahlt haben im Lieblingsvertrag, die kriegen Sie nicht zurück. Wie, die kriege ich nicht zurück? Nein, wenn Sie neue Felgen kaufen für 15.000 Öcken, dann kriegen Sie die alten Felgen nicht zurück. Das behält das Werk, die behalten die ein. Das machen die immer so. Und wenn Sie jetzt denken, Strom, was erzählst du da für einen Scheiß? Dann haben Sie vollkommen recht. Denn das ist eine erfundene Geschichte, bei der Sie normalerweise sagen würden, also da wäre doch selbst ein friedliebender Mensch wie der Herr Strom garantiert handgreiflich geworden. Und sowas haben wir in der Automobilbranche im Leben noch nicht gehört. Weder von einem Hersteller noch von einem Händler. Sie haben recht. In der Automobilindustrie noch nicht. Aber, und da sind wir jetzt bei unserem Thema, in der Uhrenbranche ist das anscheinend Gang und Gäbe. Und das Schlimme ist, es fällt uns auch gar nicht mehr so besonders auf, sondern wir nehmen das, wir als Kunde, Sie und ich als Sammler und Kunde, wir nehmen das irgendwie so alle hin. Was soll das? Und darum geht es heute. Meine drei Lieblingsbeispiele für die Servicewüste Deutschland, Klammer auf, damit ist auch die Schweiz gemeint, Klammer zu, bei Herstellern und bei Händlern. Dafür habe ich drei Beispiele hinausgesucht. Beispiele, lebende Beispiele genau aus meinem Fundus. Und ich musste wirklich mich auf drei beschränken. Es hätte noch wesentlich mehr geben können. Und zwar haben wir da einmal Zenit, Gérard Peugeot. Und wir haben, natürlich darf da auch Rolex nicht fehlen. Wir haben also auch eine Rolex dabei. Ich muss allerdings von vornherein sagen, es geht hier nicht um Markenbashing. Diese drei Marken stehen stellvertretend für viele andere Marken. Ich hätte Ihnen genauso gut Beispiele von Breitling sagen können, von IWC sagen können, auch von Omega sagen können. Alles Dinge, meine Erfahrungswerte, welche Erfahrungen ich mit Service, mit Qualität und mit Garantie in den letzten Monaten haben machen müssen. Und Sie werden sehen, wenn Sie Sammler sind und ein bisschen länger auch da in dem Thema Uhren und Uhrensammler mit drin sind, dann weiß ich, dass Sie mir jetzt eigentlich unten in die Kommentarspalte seitenweise was reinschreiben können, was Ihnen auch schon passiert ist. Können Sie gerne tun. Machen Sie es. Machen Sie es. Ich lerne immer, ich lerne gerne dazu. Aber nochmal, es geht jetzt hier nicht darum, eher zu sagen, pass auf, diese Marke und diese Uhr und dieses Beispiel oder dieser Händler und dieser Verkäufer, das sind jetzt die Bösen. Sondern es geht hier um etwas Generelles. Es geht um das Stellvertretende. Es geht auch darum, einfach uns mal wieder, also Sie und mich auch als Käufer, mal wieder ein bisschen zu sensibilisieren, was wir hier eigentlich für einen vollkommenen Quatsch mit uns machen lassen. Es geht hier auch gar nicht so sehr um den einzelnen Fehler, sondern es geht um fehlerhafte Strukturen, die sich leider im Handel und im Verkauf von Uhren generell, auch vom Hersteller selbst, die sich da eingeschlichen haben, zu Ungunsten der Kunden. Da hat sich einiges in letzter Zeit, so habe ich das Gefühl, extrem gedreht und wir gewöhnen uns immer mehr dran. Das ist eigentlich vollkommen pervers, weil wir haben das Internet, wir haben die sozialen Netzwerke und trotzdem hält man den Mund, einfach aus Angst heraus vielleicht dann keine Uhr mehr seiner Lieblingsmarke zu bekommen oder nur nicht beschweren, weil ich dann auf irgendwelchen pseudomäßigen Wartelisten nochmal nach hinten rutsche. Also darum geht es. Und jeder, der jetzt auch gleich sagt, pass auf, das sind Luxusuhren, das ist doch alles ein Luxusproblem. Klar, es ist ein Luxusproblem, es gibt andere Probleme auf dieser Welt, aber es ist auch eine Luxusuhr, für die richtig Schotter ausgegeben wird und dann nachher oftmals, nicht generalisiert, ganz klar, aber oftmals und immer häufiger wirklich keine Leistung hinten dran steht. Darum soll es heute gehen. Und deshalb beginne ich mit einer ersten Uhr, ich habe es vorhin gesagt, einer wunderschönen Zenit. Das ist ein Zenit Chronomaster Revival, ein Modell, was sich so an die alten ersten El Primero anlehnt. Ich liebe es wunderbar. Zu dieser Uhr bin ich gekommen, weil ein Sammler und ein Kunde von mir mir diese Uhr in Zahlung gegeben hat. Er hat halt gemerkt, er hat sich in die Uhr verliebt, genau wie ich es eigentlich getan habe. Und dann hat er irgendwann gemerkt, nein, die Uhr ist mir am Handgelenk ein bisschen zu klein und hat gesagt, Mensch, Herr Strom, wollen Sie die Uhr haben? Ich kaufe was anderes. Gucken Sie doch mal, ist doch eigentlich genau Ihr Beuteschema. Ich habe die Uhr genommen, ich habe sie bekommen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, diesen Kunden und Sammler schon sehr, sehr lange. Und so sind wir also sehr schnell und unkompliziert zu einem Deal gekommen. Was ist passiert? Ich kam nach Hause, packte diese Uhr aus und wollte sie dann fotografieren, habe dann ein neues Band dran gemacht und wollte sie fotografieren. Und dann ist mir etwas aufgefallen, als ich dann die Uhr zum ersten Mal unter dem Makroobjektiv liegen hatte. Vielleicht sehen Sie es. Ich gebe Ihnen mal eine ganz kleine Hilfestellung. Da sehen Sie hier eingekreist, was Sie dort sehen, dieses kleine, etwas runde Pinkfarbene, das ist ein Lagerstein. Dieser Lagerstein gehört da ehrlich gesagt nicht hin. Der Lagerstein gehört an die Stelle dort, wo der Pfeil hingeht, nämlich in die Stoßsicherung. Und dort hat sich dieser kleine Lagerstein gelöst. Mit der Lupe konnte man ganz klar sehen, aha, Halterung ist aufgegangen, warum auch immer. Entweder Ungenauigkeit bei der Produktion, sei dahingestellt. Aber er lag dort, er ist nicht ins Werk reingerutscht. Und so war alles okay. Ich bin kein Uhrmacher, aber in meiner Weitsicht, in meiner Durchsicht, Klammer auf, es ist ja auch ein Glasboden. Und habe dann gedacht, ich weiß genau, um was es geht. Ging also mit dieser Zenit dann zu meiner Uhrmachermeisterin, die sich das Ganze anguckte und es auch bestätigt hat. Und hat gesagt, okay, das runde Muster in das andere Runde rein. Und das muss man einfach reinmachen und dann nochmal verschließen. Und dann ist gut. Gut, ich sagte, prima, ich warte dann mal so lange, bis sie dann sagte, kann ich nicht. Weil ich brauche dafür ein Spezialwerkzeug. Ich könnte jetzt das natürlich irgendwie den Deckel aufdrehen. Aber es gibt ein Spezialwerkzeug von Zenit. Und bevor ich Ihnen dann diese fast krachneue Uhrenkratzer reinmache, es ist ja ein Garantiefall, gehen Sie dann zu Ihrem lizenzierten Konzessionär. Ich war dann schon mal ein ganz klein bisschen knatschig und sagte, aber ja, okay, kein Ding. Fuhr also ein paar Kilometer weiter und kam zum Konzi. Habe Ihnen das Ganze dann gezeigt und habe dann gesagt, gucken Sie mal bitte, natürlich altklug wie ich bin, direkt die Erklärung dabei. Mit der Bitte, holen Sie doch mal Ihren Uhrmachermeister. Ich erkläre Ihnen das kurz. Das ist so ein ganz kleiner Griff. Und dann gibt es einen Zwanni in die Kaffeekasse und dann soll er das aufmachen, reinmachen, fertig machen, zumachen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Na, so einfach geht das natürlich nicht. Erstens war der Uhrmachermeister gerade in der Mittagspause. Und zweitens, man müsste mal gucken und die hat ja auch noch Garantie. Und dann müssen wir mal. Und ob das überhaupt dann Garantiefall ist und bla bla und tralala. Naja, muss man sagen, ist überhaupt gar kein Problem. Ansonsten sehr nett und freundlich und lieb. Und man ruft mich halt wieder an. Heute Mittag sagt man mir Bescheid. Zwei Tage hörte ich nichts. Kommt Ihnen das ein bisschen bekannt vor zum Thema meiner Autostory vorhin. Zwei Tage, drei Tage hörte ich nichts und rief dann an und sagte, wann kann ich denn meine Uhr abholen? Ach so, ja, Herr Strom. Nee, Herr Strom, Ihre Uhr, Ihre Zenit, die ist in der Schweiz. Da habe ich gedacht, das ist ja schön. Hat die Ferien gekriegt, macht die Urlaub, kann die Ski fahren. Was ist los mit dieser Uhr? Warum ist die in der Schweiz? Ja, wissen Sie, unser Uhrmacher hat drüber geguckt und dann hat er gesagt, ja, Moment, die Uhr, die ist ja erst ein paar Monate alt. Die hat ja noch Garantie. Und Zenit sagt ganz klar, wir dürfen keinen Garantiefall in dem Moment öffnen. Das müssen die in der Schweiz machen, überhaupt mal festzustellen, dass das ein Garantiefall ist und dann wird das dort repariert, beziehungsweise die machen dann erst mal eine Revision. Und dann sage ich, what? Eine Revision? Das dauert Monate. Und warum eine Revision? Die Uhr ist eigentlich krach neu. Ja, die machen das immer. Das ist so ein Standardding, das kommt dann ins Laufen. Da habe ich gesagt, Leute, nochmal, ich will keine Revision. Punkt Nummer eins. Zweitens, ich werde nichts bezahlen. Das ist ganz klar ein Garantiefall. Und ja, ja, ist ja keine Geschichte. Also wir melden uns. Es wird dann wahrscheinlich nicht so lange dauern. Lange Rede, kurzer Sinn. Vier Monate später kam die Uhr dann wieder zu mir zurück. Aber erst, nachdem ich auch selbst zweimal nochmal hinterher telefoniert habe und habe gesagt, die Frist ist abgelaufen, wo bleibt meine Uhr? Dann kam sie irgendwann nochmal zurück. Und als ich dann fragte, einfach mal neugierig bei der Abholung, es hat übrigens nichts gekostet, mal ganz neugierig bei der Abholung fragte, was war es denn jetzt? Bekam ich die Antwort, keine Ahnung. Dann sag ich, würden Sie sich bitte mal erkundigen, was es war. Es muss doch irgendwo was auf dem Laufzettel, auf einer Lauftasche, irgendwo muss doch draufstehen, was es war. Ne, die haben eine Revision gemacht und jetzt ist nochmal gut, was es genau war oder ob es das war. Da kriegen wir keine Informationen drüber. Also das allein ist ja schon ein Witz. Also siehe, ein einfacher Handgriff, der dann nur, weil es ein Garantiefall ist, nicht bei dem zertifizierten Uhrmacher vor Ort, auf der Internetseite steht extra großen Breit, unsere Uhrmacher sind zertifiziert verfolgende Marken. IWC gehörte auch dazu, sodass wir schnell und problemlos Service-Dienstleistungen direkt vor Ort ausführen können. Peifendeckel, nichts konnte man ausführen, sondern meine Uhr musste erstmal monatelang in die Schweiz für die allereinfachsten Handgriffe. Hat das vielleicht irgendetwas mit Geldverdienen zu tun? Will man da irgendwas schon mal vorbauen, das vielleicht kein Garantiefall ist? Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen nur sagen, was es ist, extremst ärgerlich. Soweit zum Fall Nummer 1, und zwar dem Fall Zenith. Kommen wir zu einer zweiten Uhr. Eine sehr, sehr schöne. Eine Uhr, die ich persönlich sehr mag, aufgrund ihrer Form, so ein bisschen, ich sag mal, fast die schönere Reverso, auch wenn man sie nicht umdrehen kann. Es ist eine Girard Perjot, eine Vintage 1945, so heißt das Modell. Es ist keine Vintage-Uhr, es ist eine relativ neue Uhr, aber ich finde sie auch so mit so ein bisschen Jugendstilanleihe oder wie die Hörner da gearbeitet sind. Also wirklich, nein, es ist kein Jugendstil, was ist es? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall schön. Es gefällt mir, eine tolle Uhr, die ich schon ein paar Mal in verschiedenen Versionen im Shop hatte und die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also an diese Uhr kam ich nochmal ran. Diese Uhr ist auch von mir dann so, wie es immer passiert, wenn eine Uhr, ich glaube, sieben oder acht Jahre alt, wenn eine Uhr zu mir reinkommt und älter ist, also keine Garantie oder Werksgarantie mehr hat, sowieso bei mir wird erstmal alles durchgemessen, kommt auf die Zeitwaage, guckt mir das Ganze an und dann lief das schon ein bisschen schräg auf der Zeitwaage. Also ging die Uhr dann nochmal zu meinem spezialisierten Uhrmacher und er hat gesagt, bitte mal einmal durchgucken und in welchem Zustand sie ist und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Der, beziehungsweise die, hat dann auch zu mir gesagt, das läuft alles ein ganz klein bisschen unrund und auch die Messungen, ich glaube, das könnte dort und dort dran liegen. Allerdings, Ersatzteile sind keine da. Thema, was wir auch schon mal besprochen haben, es ist ein relativ leichter Fall, ich könnte es austauschen, ich kriege aber vom Hersteller Girard Peugeot keine Ersatzteile, deswegen kann ich es leider nicht machen. Dann, sorry, es muss dann wirklich zum Hersteller selbst. Gut, ich die Uhr nochmal eingepackt, damit geguckt, wo kriege ich die jetzt? Ich habe ein paar Kontakte zu Wempe, die ich da kenne und Wempe hat die Lizenz für Girard Peugeot, also schicke ich die Uhr hin, sag, guck mal, die läuft relativ ungenau, ist ein bisschen draußen und mein Uhrmachermeister hat gesagt, dies und das und jenes, könnt ihr mal nachgucken. Schickt es, guckt es euch bitte an, ihr seid ja lizenziert dafür, beziehungsweise, ja, muss halt was gemacht werden. Antwort kam nach sechs Wochen, nach sechs Wochen kam ein Kostenvorenschlag, der dann bei über 1600 Euro lag und der dann sagt, als allererstes, und Sie kennen das vielleicht, steht oben am Kostenvorenschlag immer Komplettrevision, die dann schon mal mit 1100 und ein paar zerquetschte zu Buche schlägt. Ob man die braucht oder nicht, ich habe da noch nachgefragt, brauche ich eine Revision, Gehäuseaufbauarbeitung braucht es garantiert nicht? Ja, anders geht es nicht. Sagte mir dann auch der Servicemeister bei Wempe, ja, anders geht es nicht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Die machen immer eine Revision, egal was kommt, es wird immer erst eine Revision gemacht. Und ja, dann finden die wahrscheinlich dann auch den Fehler und das wird, wenn es halt nichts Besonderes ist und dann wird das so gemacht. Und wenn dann wirklich was am Rotor sein sollte, dann wird er auch wahrscheinlich ausgetauscht. Es stand dann auch was mit Rotor dabei, insgesamt 1620 Euro. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht die Uhr wegschmeißen. Also habe ich gesagt, okay, machen wir eine Revision bei der Uhr. Kalkulatorisch haut mir das natürlich komplett ins Kontor, aber ich kann ja keine kaputte oder schlechtgehende Uhr verkaufen. Ich hoffte dann drauf, sechs bis acht Wochen, so war die avisierte Zeit. Nach drei Monaten rief ich dann mal an, ja, keine Ahnung, wir fragen mal nach. Dann fragte man nach ein erstes Mal und ein zweites Mal. Und irgendwann, urplötzlich, lag dann die Uhr wieder bei mir zu Hause auf dem Tisch. Der Postbote klingelte und hat gesagt, da ist Ihre Uhr, hier ist eine Rechnung, bezahlen Sie mal schön. Und dann ist die Uhr wieder bei Ihnen. Ich freute mich wie Bolle, endlich ist sie da, endlich kann sie in den Shop. Und was tue ich? Sie wissen es. Ich fotografiere meine Uhren, wie Sie es hier auch sehen. Ich fotografiere meine Uhren dann immer sehr schön, auch mit wirklich einer tollen Qualität und mit Makroobjektiv. Und ich gucke mir das Ganze an. Die Uhr liegt dann bei mir vor dem Fotoapparat. Und dann gucke ich mal und hier sehen Sie jetzt einen der Totalisatoren. Ein bisschen schräg gestellt, ein bisschen so schräg gestellt, der Sekundenzeiger. Und dann sehen Sie sozusagen bei der Neuen, hier ist es jetzt nicht so deutlich sichtbar, wie beim normalen Blick aufs Zifferblatt, eine ordentliche Schramme drin. Ich bin erst mal zusammengezuckt und habe gedacht, what? What is that? Warum ist da eine Schramme? Suchte mir die ersten Bilder der Uhr aus. Natürlich habe ich die Uhr vorher fotografiert. Ich mache es immer so, gebranntes Kind scheut kein Foto einer Uhr oder so ähnlich heißt dieses Sprichwort. Also habe ich es vorher ganz genau die Uhren in allen Lagen fotografiert und habe dann ganz genau gemerkt, okay, diese Schramme, dieser Riss, das ist ein Chamois-farbenes Zifferblatt. Anscheinend war das vorher schwarz. Und da hat man einmal ordentlich drüber gekratzt, sodass sozusagen die Grundierung oder das Metall dann nochmal sichtbar war. Ich mache dieses Foto, schicke es zu Vempa raus und sage, Leute, ich habe die Uhr bekommen, alles lieb und nett und sie läuft dann nochmal, aber guckt euch das mal an. Mhm. Ja, ist ein Kratzer. War der vorher schon drauf? Habe ich dann gesagt, klar, deswegen rufe ich an. Ich wollte denen einfach mal mitteilen, dass ich meine Uhren immer verkratze, bevor ich die losschicke, um nachher dann möglichst den Händler oder auch den Hersteller ordentlich zu verarschen und zur Kasse zu bitten. Da habe ich gesagt, natürlich war der vorher nicht drauf. Sonst würde ich das nicht zu Ihnen schicken oder ich hätte es Ihnen gesagt. Also, was ist denn los? Das kann nur bei der Revision passiert sein, weil die ziehen natürlich auch die Zeiger, das Zifferblatt wird natürlich entfernt, etc., etc. Herr Strom, Herr Strom, wir fragen mal nach bei Girard Perjot. Am Nachmittag hatte ich die Antwort. Hallo, Herr Strom, wir haben dann nachgefragt. Die haben gesagt, sie waren es nicht. Da sagte ich dann, ja und, weiter? Ja, sie waren es nicht. Habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Soll ich jetzt anfangen zu weinen und zuzugeben, dass ich es war? Was soll der Blödsinn? Das ist doch keine Lösung. Natürlich waren die das. Sonst war es niemand. Es ist mir aber auch schnurzegal. Ich habe Ihnen diese Uhr überlassen. Kümmern Sie sich bitte drum. Und ich hätte gerne ein Austauschzifferblatt. Weil so kann ich die Uhr nicht verkaufen. Die Uhr hat damit keinen Wert. Ich kann auch bei der sichtbaren Schramme, auch wenn ich da 1.000 Euro nachlasse, das ist ja nicht, dass ich einen Kratzer auf der Rückseite der Uhr habe. Nein, es ist auf dem Zifferblatt, würden Sie ja auch nicht kaufen. Ich frage nochmal nach. Am nächsten Tag Antwort. Wir haben bei Girard Perjot nachgefragt. Die haben keine Zifferblätter mehr. Punkt. Da habe ich nochmal gesagt. Und jetzt? Das ist immer noch ein Problem, aber keine Lösung. Was sollen wir jetzt tun? Ich mache einen Vorschlag. Kulanz von meiner Seite. Das kann auch ein schwarzes Zifferblatt sein. Das kann auch, ich weiß, das gibt es glaube ich in schwarz und in diesem Champagner-Charmor-Ton. Da habe ich gesagt, das ist mir wurscht. So kulant bin ich. Aber ich hätte gerne eine Uhr mit einem neuen Zifferblatt zurück. Ja, ich weiß nicht. Schicken Sie uns mal die Uhr. Wir gucken mal, was wir da machen können. Was man dann machen konnte, war, dass irgendwann diese Uhr zurückkam, hatte ein neues Zifferblatt, ein nagelneues Zifferblatt, das es vorher nicht gab, weil man ja vorher auch keinen Kratzer reingemacht hat. Aber erst, nachdem ich wirklich mit Pauken und Trompeten da sehr freundlich, aber trotzdem sehr vehement Druck gemacht habe und habe gesagt, so läuft das nicht, so geht das nicht. Die haben einen Fehler gemacht. Erst dann hat man es dann gemacht. Stillschweigen. Es kam wieder eine Entschuldigung. Ich rede jetzt nicht von Wempe. Die haben sich wirklich mehrfach entschuldigt. Und man hat auch gemerkt, dass der Servicemeister sichtlich genervt war. Und nicht nur von mir, sondern mindestens genauso von Girard Perjot. So, was dann dazu führt, dass man sich vielleicht dann dreimal überlegt, wenn sowas häufiger passiert, diese Marke auch weiter in Lizenz zu haben. Aber dem Werk an sich war es vollkommen schnurzegal. Es gab keine Entschuldigung. Es gab keine Erklärung. Es wurde kein Wort dazu erzählt. So nach dem Motto, wir haben ja unseren Schotter. Wir haben ja die 1620 Euro. Und naja, dann machen wir dem schnell mal ein bisschen Zifferblatt drauf. Und dann ist alles gut. Leute, wenn ich so etwas sehe, mit dieser Verweigerung gegenüber dem Kunden im Sinne von, was interessiert mich, was der Kunde erzählt, kann er sich auf den Kopf stellen, wenn wir sagen, es geht nicht, wir waren es nicht, dann ist das so Gesetz von Gottes Gnaden. Das also zu dem Thema, wir machen uns mal einen lustigen Kratzer aufs Zifferblatt. Drittes und letztes Beispiel. Relativ aktuell und ich habe es nur indirekt persönlich erlebt. Es geht um eine Rolex, eine Referenz 6919, eine 26 mm Damenversion. Die Originalbilder habe ich, aber die sind so eigenartig. Einfach nur, damit Sie ungefähr wissen, um was es geht. Eine kleine Damenrolex 26 mm. Die im Besitz einer ganz lieben Kundin ist, die diese Uhr von ihrer Mutter geerbt hat. Also die dürfte so um die 50 Jahre alt sein. Nicht die Mutter, nicht die Kundin, sondern diese Uhr. Und hat dann gesagt, Mensch Herr Strom, stellen Sie sich mal vor, was mir neulich passiert ist. Ich habe mir eine Rolex gekauft. Da habe ich gesagt, sehr verwunderlich, warum denn dies? Ja, man hat mir ein tolles Angebot gemacht. Ich war beim Konzessionär, wollte eigentlich nur die Uhr meiner Mutter dorthin geben, dass sie sie nochmal ein bisschen schick machen. Die habe ich in der Schublade gefunden und sah nicht mehr so gut aus. Und die ging auch nicht mehr richtig. Da habe ich gesagt, richtig so, schöne Rolex, lässt mal eine Revision machen. Und dann ist das alles nochmal absolut okay und funktioniert. Und dann sagte sie, ja, genau das wollte ich eigentlich machen. Und dann ist jetzt der Kostenvorenschlag reingekommen. Ui, habe ich gesagt, das gehört sich jetzt im Moment schon mal ein bisschen entsetzt dann. Aber ich habe gesagt, das kostet schon richtig Geld. Gerade auch bei den älteren Modellen. 50 Jahre alt, die müssen dann wirklich in die Schweiz. Und wenn dann Teile neu angefertigt werden müssen, etc., etc. Man weiß es ja nicht, es kann ja sein. Ja, ich habe einen Kostenvorenschlag. Der beläuft sich dann insgesamt über, ich glaube, 2800 Euro. Man muss dazu bedenken, dass das sehr viel mehr, sehr wirklich schrecklich viel mehr ist, diese Uhr auch nicht wert. Und damit war sie sich jetzt sehr unsicher. Und sie sagte, und wissen Sie eigentlich, was mein Problem bei dieser Geschichte ist? Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Was mein Problem bei dieser Geschichte ist? Ich habe die gebeten, dass sie mir anstatt dieses Stahlbandes, die Kundin hat bei mir auch schon selbst zwei, drei Lederbänder gekauft für ihre Uhren, hätte ich gern ein Lederband dran gehabt. Und wenn man das schon macht, und dann sagte man mir, nein, an solche Uhren kann man keine Lederbänder dran machen, dann muss man immer ein Stahlband dran machen. Oha! Okay, kann jetzt an Unwissenheit liegen. Also, angeblich kann man an solche Uhren keine Lederbänder dran machen, sondern Stahlband. Und dann erklärte man dieser Kundin, die nachweislich und für jeden erkennbar und sichtbar von Uhren eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat und dort wirklich Hilfe suchend mit einem Erbstück zum Konzessionär gekommen ist und hat gesagt, macht mal was. Und ich habe gar keine Ahnung, wie geht denn das? Dann erklärte man ihr, dass sowieso das Band was dran ist. Und wie gesagt, ich habe Bilder dieser Uhr gesehen. Diese Uhr war für ihre Mutter anscheinend auch ein Schmuckstück. Die ist nicht jeden Tag auf dem Acker oder im Bergwerk getragen worden, sondern das war ein Schmuckstück. Man sieht ihr die 50 Jahre an, aber kein Daily Rocker, nicht verkloppt und und und. Auch auf den Bildern ist vielleicht minimaler Stretch erkennbar, aber das ist kein ausgelauertes und ausgelutschtes irgendwas. Dann sagte ihr dann, das Stahlband sowieso, also das können sie auch nicht dran lassen. Dann müssen wir ein neues Stahlband dran machen. Wenn wir eine Revision machen, Komplettrevision, machen wir auch immer ein neues Stahlband dran, weil dieses Band ist auch nicht mehr sicher. Wenn sie das jetzt tragen, dann kann sein, das kaputt geht und dass ihnen dann die wertvolle Uhr runterfällt und das machen wir nicht. Deswegen machen wir dort ein neues Stahlband dran. Wir verkaufen ihnen also, und so steht es auch im Kostenvoranschlag, kein Austausch, sondern Verkauf eines neuen Stahlbandes. Das kostet bei Rolex immerhin in dieser wirklich kleinen, feinen Ausführung 1.000 Euro. 1.000 Euro ist ein Haufen Holz dafür, dass die Dame eigentlich nur ein Lederbändchen wollte, was aber nicht dran passte, weil das nicht geht. Da kann man keine Lederbänder dran machen. Ich habe es zwar selbst schon zwei, dreimal gemacht, aber ich bin ja auch magic. Woher soll Rolex das wissen? Jetzt kommen wir zur Krönung. Jetzt kommen wir zu dem, dass sie dann gesagt hat, okay, das ist ja schade, aber dann muss ich das doch wohl machen. Kann ich denn das alte Band noch für was anderes benutzen? Das war eine sehr naive Frage der Kundin. Kann ich das Band, was dran war, noch für was anderes benutzen? Daraufhin sagte man ihr, nein, das kriegen Sie auch gar nicht zurück. Das alte Band behält Rolex ein. Wenn Sie ein neues kaufen, nicht tauschen, wenn Sie ein neues kaufen für 1.000 Euro, ist es so bei Rolex, dass man das einbehält. Das war jetzt sogar meiner uhrenunbedarften Kundin etwas sehr suspekt. Und ich sagte, Moment mal, was soll das denn? Das Band gehört mir. Das ist ja kein Ding. Sie wissen es auch als Sammler oder Sammlerin, dass man auch die Austauschteile des Öfteren mitkriegt. Aber in dem Moment sagte man, nee, das ist so bei Rolex. Also auch der Händler sagte ganz klar, nein, Rolex macht das so. Die verkaufen Ihnen nur ein neues Band, wenn Sie das alte behalten. Und außerdem brauchen Sie ein neues Band, weil sonst ist die Uhren immer verkehrstauglich. Und das gehört auch immer zu einer Revision dabei, dieses neue Band. Und dann kostet das Ganze 2.600 Euro. Das hört sich irgendwann mal logisch an. Aber es ist eine Logik, die auf vollkommen falschen Voraussetzungen basiert. Heißt also, wenn ich mir dann so etwas anhören muss, dass ein Händler einem Hersteller Rückendeckung gibt, warum auch immer, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dann den Leuten erzählt, hörn Sie mal zu, Ihr Eigentum bekommen Sie nicht mehr zurück. Das Beispiel, was Sie vorhin bei den Kompletträdern und meinem Auto sind. Ihr Eigentum bekommen Sie nicht zurück. Da denke ich mir, hä? Ich gehe in einen Laden, kaufe mir eine neue Jeans, weil meine alte Jeans löchrig ist. Ich gehe in die Kasse, habe eine gefunden. Und dann sagt die Dame an der Kasse, Sekunde mal, wenn Sie hier eine Jeans kaufen, müssen Sie Ihre alte da lassen. So ist das nicht. Also, ohne alte da lassen gibt es keine neue Jeans. Wie würden Sie reagieren? Wie würden Sie bei den Autorädern, bei den Felgen, bei den Schweineteuren reagieren? Aber hier ist es gang und gäbe. Und wenn mir jetzt irgendjemand kommt, gleich als Vorwarnung, es mag sein, wegen mir, wurscht egal, ich bin in dem Rolex-Game nicht so ganz tief drin. Ich habe zu diesen Themen, vielleicht gibt es auch eine Masterclass Rolex-Armbänder. War jetzt böse. Indem man das lernt, wie das ist, oder vielleicht steht in irgendwelchen AGBs dieses großen Schweizer Unternehmens drin, dass man zwangsweise seine Bänder abgeben muss, wenn man gerne neue hätte. Vielleicht gibt es das. Vielleicht ist dem so. Aber auch wenn dem so wäre, es ist ganz einfach für mich Unterschlagung. Diebstahl, Beschiss. Und wenn man dann ganz deutlich merkt, dass dort ein Kunde sitzt, eine Kundin in diesem Fall, die sich nicht mit dem Thema auskennt und dann solche Karten zieht, ich glaube, das wäre mir nicht passiert. Das wäre Ihnen vielleicht auch nicht passiert, wenn Sie als sichtbar, erkennbarer Rolex-Freak, Uhrensammler, Connoisseur da reinkommen, dann hätten Sie einmal komisch mit den Augen geguckt und dann hätte man Ihnen das alte Band nochmal dazugegeben. Aber wo sind wir? Wo sind wir? Was soll das hier werden? Unbedarfte Kunden nach dem Motto, wer doof ist, den können wir ja bescheißen. Das ist ja vollkommen wurscht egal. Ich habe dort eine Kundin am Telefon, die vollkommen entsetzt mich fragt, ob die Uhrenbranche genau so ist, ob das üblich ist. Nachher stellt sie mir noch eine Frage, dass wenn sie bei mir ein Lederband kauft, ob sie mir dann das alte zuschicken muss, weil ich das ja einkassiere. Wo sind wir? Wo sind wir komplett irgendwo hingeraten? Jetzt kam heute, heute, egal wann Sie das Video sehen, heute ist Aufnahmetag der 1.12.2022. Gab es bei Rolex eine Neuerung? Ich weiß, es hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Überhaupt gar nichts. Seit heute gibt es bei Rolex, Sie können es vielleicht erkennen, vielleicht wissen Sie es aber auch, Certified Pre-Owned, also zertifizierte Gebrauchthuhren, die man bei Rolex jetzt kaufen kann. Rolex zertifiziert jetzt selbst alte Uhren, um sie dann auch wieder zu verkaufen. Für alte Uhren, die dann da kommen und klapprig sind und sonst irgendwas braucht man auch vielleicht Uhrenarmbänder. Und wenn man selbst keine alten Vintage-Original-Uhrenarmbänder, 50 Jahre alt mehr hat, könnte es ja sein, nur so eine Idee. Aber das ist jetzt wirklich nur meine schräge Fantasie. Dann könnte es natürlich sein, dass wenn so ein Uhrenarmband einer kleinen Damenuhr reinkommt, dass ich dann sage, pass mal auf, das müssen wir leider einbehalten, sonst gibt es kein neues. Das machen wir sonst nicht. Und schon habe ich ein schönes Band. Ich weiß, das entspringt jetzt meiner bösen, bösen Fantasie, weil ich ja der Abzocker vor dem Herrn bin. Es kann vielleicht was damit zu tun haben. Es muss nichts damit zu tun haben. Aber es hat viel damit zu tun, dass hier mal wieder vollkommene Intransparenz herrscht, dass hier Menschen mit irgendwelchen Informationen vom Händler, vom Konzessionär, vom Hersteller zugeballert werden, was nur dazu führt, dass irgendwann die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Keinen Bock auf die Marke, keinen Bock mehr auf Uhren, keinen Bock mehr auf Luxus oder sonst was. Es ist genauso, wenn ich zwangsweise eine Revision machen muss, ist das genauso, so wie mit dem Schlauch an meinem Auto, dass dann irgendjemand sagt, ah, da ist ein Kabel locker. Nein, da müssen wir erst einen Motor ziehen. Da muss also komplett der Motor ausgetauscht werden. Wir müssen den auseinanderbauen und, und, und. Ja, es lag zwar eigentlich an den Bremsen, aber wir machen immer einen kompletten Motorwechsel für 15.000 Euro oder für 20.000 Euro oder für sonst was. Vollkommen wurscht, egal. Die Uhrenbranche ist die einzige Branche, in der man sich das anscheinend gefallen lässt, die das auch durchzieht. Und das ist das Schlimme, wenn der Kunde wirklich sich auch alleine im Ansatz so einen Quatsch, so eine Servicehölle, so eine Unverschämtheit, so eine arrogante Selbstverständlichkeit von einem Hersteller, ich rede jetzt einfach nur von einem Hersteller, egal wem, vollkommen wurscht, egal. Ich habe es ihm am Anfang gesagt, es ist marktneutral. Wenn wir uns das gefallen lassen, dann setzt sich der Hersteller selbst auf ein so hohes Rost, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr drankommen. Aber woran liegt das? Woran liegt das? Es liegt doch auch mit daran, dass Service auch vielen Kunden heutzutage vollkommen schnurzegal ist. Dass wir alles in Kauf nehmen, weil es bei einer Uhr nicht mehr ums Tragen, ums Gucken, ums, um die Genauigkeit, um die, um die Präzision, um das Uhrwerk geht, sondern einfach nur noch darum, um den Besitz, um den Besitz eines Statussymbols, damit ich immer schön zeigen kann, guck mal, ob die jetzt funktioniert oder nicht. Service, habe ich keine Ahnung. Ich will mich mit der Uhr nicht befassen. Ich will mich mit einem mechanischen Uhrwerk nicht befassen. Hauptsache, ich habe die Uhr. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und so geht das dann auch immer weiter und immer weiter. Nee, es geht nicht die ganze Zeit immer weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn langsam habe ich mich jetzt genug zu diesem Thema aufgeregt. Teure Uhren und billiger Service. Wenn Sie sagen, Strom, was ein Dummschwätzer. Sowas ist mir noch nie passiert. Ich habe super Erfahrungen mit dem Service gemacht. Hier unten sehen Sie meine Mailadresse. Schreiben Sie mir. Wenn Sie Beispiele haben, wo Sie sagen, genau dasselbe ist mir passiert. Genau das schreiben Sie mir auch. Auch wenn Sie irgendwas loswerden wollen. Ich kann Ihnen sagen, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Manchmal meine Gespräche mit Kunden und mit Kunden bestimmter Marken, indem Sie mir sowas erzählen, kommt mir vor wie eine psychotherapeutische Sitzung. Damit ich die einfach nur nochmal aufbaue. Wie oft höre ich den Satz, Herr Strom, dürfen die das? Herr Strom, ist das normal? Herr Strom, ist das in der Branche üblich? Sie kennen sich doch aus. Der hat so gemacht, als wäre das so. Das ist ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite, lassen Sie mir auch noch eins sagen, muss ich eigentlich jedem Händler und auch jedem Hersteller, der genau so mit seinen Kunden umgeht, ganz lieb Danke sagen. Ganz herzlichen Dank. Denn Sie, liebe Händler, liebe Hersteller, sorgen dafür, dass immer mehr Kunden in unsere Hände, in meine Hände und die von lieben kleinen Händlerkollegen, Händlerkollegen, seriösen Händlerkollegen und auch Grauhändlern getrieben werden, weil der Kunde einfach keinen Bock mehr hat, sich von oben herab nur wegen einer Konzession und einer Lizenz behandeln zu lassen, sich dummes Zeug erzählen zu lassen, wo er doch zu einem ganz uns gewöhnlichen, normalen Händler geht, den er sich aussuchen kann, bei The Seller, indem er sich aussucht und guckt, wie der Service ist. Mein Tipp, wie immer, suchen sich ein Händler nicht nach den Uhren aus, suchen sich ein Händler nach dem Service aus. Es kann immer ein Fehler passieren. Auch mir passieren Fehler. Ich vergesse was, es rutscht irgendwas durch und auch ich habe schon Uhren verkauft, die nach vier Wochen nicht mehr getickt haben. Aber was macht man dann? Man redet nicht groß drüber, man nimmt die Uhr zurück, entschuldigt sich dreimal, nicht weil man Fehler gemacht hat, sondern weil einfach mein Kunde in dem Moment vier Wochen lang keine Uhr hat. Irgendjemand, ich habe es schon mal gesagt, bei Zenit oder bei Girard Peugeot oder bei Rolex oder wo auch immer, mir mal angeboten, Herr Strom, wir müssen Ihre Uhr mal für drei, vier, fünf, sechs Monate einziehen. Auch wenn wir es schuld sind, tut mir leid, wollen Sie eine Ersatzuhr haben. Das gibt es ja heute in keinster Art und Weise mehr. Warum? Weil es nicht notwendig ist, weil man es gar nicht einsieht. Das ist ja wie ein Schuldeingeständnis. Naja, entschuldigen tut sich ja immer nur der, der Unrecht hat. Deswegen, ach, ein endloses Thema. Ich habe mich wieder aufgeregt, wirklich und das in der Weihnachtszeit. Deswegen machen wir jetzt hier mal ganz, ganz kurz Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wenn Sie sich das alles angehört haben und immer noch keinen Abo-Knopf gedrückt haben. Ich habe heute noch mal von zwei Menschen gehört, ja, ich habe sie immer geguckt, aber ich habe nie da Abo gedrückt. Dann drücken Sie es bitte jetzt um die Glocke. Dann werden wir Freunde. Dann abonnieren Sie mich. Dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Denken Sie dran, es ist Weihnachtszeit. Das Weihnachtsrätsel kommt. Es gibt eine tolle Spendenaktion. Letztes Video gucken. Da ist schon einiges zusammengekommen. Super, super, ganz herzlichen Dank. Super Thanks. Unten klicken. Alles, was Sie dort sozusagen spenden, geht hier in die Box und kommen Kindern in Not zugunsten, 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 zugunsten von Kindern in Not kommt diesen Kindern zugute. Ja, so, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe mich schon bedankt und immer dran denken, gute Zeiten beginnen nie mit beschissenem Service, auch wenn wir den in der Zwischenzeit haben. Kämpfen wir alle dafür, Sie als Kunde, ich als Kunde, ich als Händler. Machen Sie mich darauf aufmerksam, was Ihnen nicht gefällt, wenn Sie mit mir als Händler zu tun haben, wo ich mich verbessern könnte und, und, und. Nur so hilft das Ganze weiter. Und ansonsten, wenn Sie einen scheiß Service finden, sagen Sie einfach Nein. Gehen Sie einfach weg. Nur wir können entscheiden, ob der Händler oder dieser Hersteller weiter überlebt. Und es sollte uns wichtiger sein, einen tollen Service bei einer tollen Marke zu bekommen, anstatt wirklich diese Marke nur als Statussymbol am Handgelenk zu tragen und der Rest, da lassen wir uns von denen auf den Kopf rumtaten. Ich höre jetzt gar nicht auf. Leck mich am Backen. Ich habe mich in Rage geregt. Deswegen, wir machen jetzt Schluss. Ich habe Ihnen alles gesagt. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ihr Bernhard Stroh.